Na alle zusammen, hier ist wieder heute La und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar durch die Heute-Werse einen kleinen Mount-Guide präsentieren. Heute wollen wir uns mal wieder einen Mount aus der Protosynthesenspiele angucken. Und zwar haben wir hier dieses Wombata-Mount. Das schimpft sich, geschmückter Wombata. Und ja, ich würde sagen, als Erste schauen wir uns einmal das Mount-Special an. Das ist eigentlich sehr unspektakulär. Er dreht seinen Kopf links und rechts. Ich finde es genauso unspektakulär wie die Wombata-Mounts an sich. Da gibt es auch wieder mehrere Farbvarianten, die ich euch im Laufe der Videoguides auch vorstellen werde. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rein, wo wir das Mount uns einmal erstellen können und wie das Ganze funktioniert. Als allererstes müsst ihr dann erstmal die Protosynthesenschmiede freischalten, um dementsprechend die Mounts craften zu können. Wie schalten wir diese Protosynthesenschmiede frei? Einmal kann ich es euch kurz zeigen auf der Karte. Wir sind auf den Koordinaten 70, 28. Da befindet sich diese Protosynthesenschmiede, aber erst wenn ihr eine Forquest bewältigt habt. Diese Forquest kriegt ihr erst dann, wenn ihr quasi einmal euren Fortschritt hier in der Zonenkampagne auf Minimum 3 von 7 habt. Dann habt ihr nämlich hier in der Höhle des Verbanden eine Konsole freigeschalten. Und diese Konsole befindet sich hier gerade hinter mir und die schimpft sich einfach Chiffrin-Konsole. Bei der Chiffrin-Konsole müssen wir dann folgendes skillen und zwar Verständnis des Sopranesischen. Das ermöglicht euch hier mit Soar Thomas zu interagieren und unter anderem verbessert euer Verständnis der Synthesenschmiede und ermöglicht es euch die Entdeckung und Erschaffung großer Kreaturen. Diese großen Kreaturen sind einmal quasi die Reittiere und diese Geschichte brauchen wir dann einmal. Wenn wir das hier fertig geskillt haben, dann kriegt ihr eine Quest und zwar hier im Lager Hult des Pilgers. Und hier bei der Schatzkiste seht man auch nochmal die Schritte, die wir absolvieren müssen. Wir müssen einmal die Quest Finde Tali abschließen. Das sind etwa so 10 Quests, die dann hier in dem Elite-Bereich spielen. Sobald wir das gemacht haben, sind wir für den ersten Tag so weit mal fertig. Und sobald dann ein Tag vergangen ist, bekommen wir eine zweite Quest und zwar die verlorenen Komponenten. Die bekommen wir auch von Tali. Die startet einmal auch wieder in der Hult des Pilgers. Schickt uns dann nochmal zur Protosynthesenschmiede und dort können wir dann die Quest abgeben. Kriegen schon mal ein paar Matts fürs erste Mount, auch den ersten Plan, den ich euch schon in dem Video gezeigt habe. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann hinter mir diese Protosynthesenschmiede freigeschalten. Das ist das hier. Und dann habt ihr erstmal nur einen Plan und dann sollten wir als nächstes losteakern und die anderen Pläne holen. Und fürs Mount habe ich euch schon mal den Plan rausgesucht, wie wir den bekommen. Und da schauen wir jetzt mal rein. Dann kommen wir zum Plan Geschmückter Wombat. Und den haben wir jetzt ein bisschen weiter oben drauf. Und zwar hier auf dem Berg bei den Koordinaten 36, 78. Und der ist normalerweise in einer Kiste drin. Und diese Kiste, die kann man erst looten, wenn man hier diese ganzen Viecher gestreichelt hat. Die muss man irgendwie so befrieden. Die rennen hier wie wild rum. Und dann muss man quasi auf sie draufklicken, befrieden. Und wenn man alle befriedet hat, dann kann man das looten. Ich habe schon da das einmal aufgenommen gehabt, als ich diese Schätze gemacht habe. Ich blende euch das einfach nochmal ein, falls ihr den Schatz noch nicht gemacht habt und nicht wisst, wie ihr das mit dem Befrieden hier macht. Beziehungsweise wie ihr ohne Flugmount hier hochkommt. Dann zeige ich es euch einfach nochmal. Und ja, wenn ihr quasi das schon gemacht habt, könnt ihr das einfach durchskippen. Dann kennt ihr das ja sowieso schon. Dann kommen wir zum nächsten. Und zwar schimpft sich das dankbares Geschenk. Ich starte jetzt hier auf den Koordinaten 40, 75. Wenn ihr fliegen könnt, dann könnt ihr da einfach hinfliegen. In dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, kann man noch nicht fliegen. Und dementsprechend müssen wir da jetzt mit dem Tor uns einmal ein bisschen hochporten. Ähm, und zwar bin ich jetzt hier auf diesem Dach drauf. Ihr seht, also da kann man einfach hochlaufen, auf das Dach hier rauf. Und jetzt werden wir einfach das Venture-Port-Ding nehmen und einfach versuchen, da möglichst hochzukommen. Also jetzt gehen wir mal hier auf das Plateau hoch. Und dann schauen wir mal, wie weit können wir uns porten. Ne, das sieht schlecht aus. Da kommen wir nicht hoch. Vielleicht kommen wir da hinten. Ne, das sieht auch schlecht aus. Also werden wir uns hier hochporten. Ich glaube, da muss dann jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg auch finden. Äh, äh. Da kommen wir auch nicht hin. Ja, ich glaube, wir müssen kleine Steps machen. Dann werde ich mich erstmal da hochporten. Und dann werden wir halt wahrscheinlich ein paar mehr Ports brauchen. So. Also jetzt sind wir auf der Ebene. Ich denke mal, in einer Minute kann ich mich dann quasi hier hochporten. So, die Abklingzeit ist wieder runter. Jetzt gucke ich mal, wenn ich jetzt ganz an die Wand ranlaufe, kann ich mich hier hochporten. Das sieht schon mal gut aus. Hier komme ich auch hoch. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt bald schon relativ weit oben am Berg. Uh, der Cooldown ist wieder runter. Dann porten wir uns noch ein Stück weiter hoch im Berg. Schauen wir mal. Irgendwo da hoch. Schauen wir mal, ob wir von hier aus noch irgendwo rüber können. Äh, das sieht schon gut aus. Ich glaube, irgendwo da hinten müsste der Schatz sein. Ja, ich meine, ich muss da rüber. Genau. So. Das waren jetzt eigentlich nur drei oder vier Ports, ne? Maximal. Jetzt sind wir hier oben. Und jetzt müssen wir so Typen befrieden. Und zwar hier mein Add-on. Das ist übrigens Handy, no Shadowlands. Das sagt mir auch schon, dass wir dementsprechend zwölf von den Kreaturen besänftigen müssen. Nicht befrieden mit dem Gesänft-Ding. Sprich, wir können sie einfach anklicken. Und dann kommt hier einmal dieses Streicheln-Ding. Außer Reichweite. Perfekt. Er ist einfach weggelaufen. Bleibt doch da. Ich will die nur nur streicheln. Okay. Ich streichel die mal und dann sehen wir uns wieder, sobald die Kiste kommt. So oder la? Also, ich war jetzt zwar ein bisschen tricky, aber ich habe die ganzen Aufgebrachten jetzt hier so ein bisschen beruhigt. Einmal gestreichelt. Und den letzten, der ist hier oben auf dem Ball. Da habe ich jetzt einfach nochmal den Schattentor hoch benutzt. Dann können wir den auch nochmal streicheln. Und dann müsste ich alle zwölf Stück haben. Okay. Und jetzt müssen wir, glaube ich, mit dem Typen hier quatschen, oder? Oder mir fehlt noch einer. Schauen wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Irgendeiner fehlt mir. Ich muss nur einen suchen. Gucken wir mal. So oder la, den letzten haben wir auch gefunden. Und zwar, hier ist die Kugel. Seht ihr? Und da ist dieses Plateau mit den Mobs. Und hier oben, da hampelt auch noch einer rum. Den habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen gehabt. Also, den müssen wir uns anscheinend auch noch besorgen. Oh, der wird auch noch gestreichelt. Ich hoffe, der läuft jetzt nicht weg. Bleibt da. Oh nein. Also, das hier ist echt ein bisschen nervig, ne? Dass die Viecher mal anfangen wegzulaufen. Na komm, ich krieg dich. So, perfekt. Okay, jetzt müssten wir alle zwölf haben. Ah, man muss nicht mit ihm quatschen. Man kriegt hier einfach direkt die Kiste. Und damit haben wir dann auch das nächste fertig. Und können dann einmal nochmal weiter. Sobald wir uns den Plan dann besorgt haben, brauchen wir erstmal ein paar Materialien. Und zwar sind das ein paar Genesis-Partikel. Insgesamt 450. Dann brauchen wir eine Linse der fokussierenden Absichten. Und dann brauchen wir ein Wombatter-Gitter. Und wo wir das Zeug herbekommen, das will ich euch jetzt mal zeigen. Dann kommen wir zum ersten Item. Und zwar den Genesis-Partikeln. Diese Partikel könnt ihr in der kompletten Zone von nahezu allen Mobs looten. Sprich, wenn ihr nebenbei euch die anderen Materialien farmt, beziehungsweise ihr hier am Questen seid, kriegt ihr die sowieso nebenbei. Ihr könnt es aber auch speziell forcieren und an einem Spot farmen. Ich habe hier meine 18.000 schon zusammengefarmt. Ein bisschen mehr als 18k braucht man nämlich, um alle Mounts und Pets einmal craften zu können. Wo befinden wir uns genau? Wir sind hier auf den Koordinaten 42, 73. Und hier in diesem Bereich gibt es Verschlingermobs. Diese Verschlingermobs haben den Vorteil, dass sie auch so Portalen spawnen. Und die spawnen irre schnell nach. Heißt, man kann die hier mit einer Gruppe eigentlich durchgehend umboxen und halt da am effizientesten tatsächlich dieses Zeug farmen. Wenn ihr das in einer Gruppe machen wollt, dann gebt hier am besten Mode ein oder Genesis-Mode. Das ist der englische Name von diesen Genesis-Partikeln. Und da gibt es eigentlich genug Gruppen. Einfach rein queuen. Ihr könnt es in einer 5-Mann-Gruppe machen. Raid macht keinen Sinn. Oder ihr könnt auch in einer 2x4-Gruppe machen. Das bedeutet, es sind zwei 4-Mann-Gruppen. Und die können dann quasi auch die Mobs alle looten, wenn sie sie dann alle antecken. Ich kann euch noch ein, zwei Tipps geben erst mal. Ich habe es bis jetzt meistens an dem Portal gefarmen. Dann kann man eigentlich die zwei immer zusammen weghauen und hier so ein bisschen außen noch mit ranziehen. Oder hier hinten an dem Portal, da sind meistens drei Mobs. Eins, zwei, drei sind die da meistens. Und dann kann man auch noch ein paar von außen mit ranziehen. Ihr könnt es auch so ein bisschen AFK-farmen, indem ihr euch einen Buff holt. Und zwar Toxitalisch schimpft sich das. Ich kann das euch einmal zeigen. Ich pulle jetzt mal ein, zwei Mobs hier einfach ran. Und zwar gibt es einen Buff. Toxitalisch heißt der. Den kann man sich einmal über die Buff-Konsole holen oder auch sockeln. Und der verursacht einfach folgendes. Fügt bis zu 5 Gegnern innerhalb von 40 Metern. Alle 5 Sekunden 6% ihrer maximalen Gesundheit erschaden zu. Elite-Gegner leiden 2% ihrer maximalen Gesundheit. Also bei so Rares, die ein paar Millionen Life haben, haut das irre Schaden raus. Und ihr seht, ich mache hier gar nichts. Und ich fahre einfach 2-3k DPS. Das ist einfach nur Toxitalisch passiver Damage. Die Gegner kriegen also die ganze Zeit Schaden. Und wenn ihr in Gruppen seid. Ich sage mal so, die meisten Gruppen haben es jetzt nicht so gern, wenn ihr komplett AFK-t, weil sie dann die Arbeit macht. Wenn ihr aber Toxitalisch drauf habt, dann macht ihr ein bisschen Damage. Und wenn ihr alle zwei Minuten lootet, dann reicht es. Also ich habe meistens nebenbei so ein bisschen Filme angeguckt, wenn ich das hier gefarmt habe, weil man schon doch eine Weile dran ist. Und solange man Toxitalisch drauf hat, muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit durchprügeln. Ihr habt ein Fenster von zwei Minuten, wo ihr immer einmal looten solltet. Denn nach zwei Minuten verschwindet normaler Loot. Wenn blaue Sachen oder epische drin sind, dann haltet ihr, glaube ich, bis zu einer halben Stunde. Das ist aber jetzt hier für den Farm irrelevant. Ihr solltet alle zwei Minuten looten. Wo kriegt ihr diesen Sockel her, beziehungsweise wie funktioniert das? Ihr könnt einmal bei eurer Skill-Konsole in der Höhle des Verbanden in der zweiten Reihe ein paar Sachen skillen. Und zwar braucht ihr hier das erste bei Akkularisch. Und dann am besten hier noch die anderen Sachen mit skillen. Hier das letzte ist, dass man den Sockel einmal reinsockeln kann. Und die anderen Sachen erhöhen die Zeiten von den normalen Buffs. Wie funktioniert das? Wenn ihr das erste geskillt habt, dann könnt ihr mit dieser Verstärkungskonsole interagieren. Und wenn ihr damit interagieren könnt, könnt ihr dementsprechend euch Buffs aussuchen. Hier zum Beispiel, da haben wir schon Toxitonisch. Das könnt ihr euch holen. Oder auch andere Buffs. Diese Buffs halten normalerweise, wenn man sie sich draufhaut, eine Stunde. Man kann sich aber diese Sockel-Items auch reinsockeln, wenn man das letzte in der Konsole unten geskillt hat. Und dann sind die quasi permanent. Also, das ist Toxitonisch. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich einmal dauerhaft mitzunehmen. Macht auf jeden Fall Passive Damage, ohne dass ihr großartig was machen müsst. Ihr müsst nur mit den Gegnern im Kampf sein. Oder ihr haut da ganz normal drauf. Das ist quasi euch überlassen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die anderen Sachen noch ein. Achso, eine Anmerkung noch. Ähm, ich werde euch jetzt gleich noch zeigen, wo man auch die Gitter zum Beispiel herkriegt. Ihr könnt euch alle Gitter unter anderem auch im Auktionshaus kaufen. Manche sind sogar auch relativ günstig. Also ihr müsst die nicht unbedingt farmen. Das könnt ihr euch so ein bisschen überlegen. Wenn ihr ein bisschen Gold überhabt, dann würde ich empfehlen, die einfach im Auktionshaus zu kaufen. Und dann spart ihr euch das ein oder andere an Farmzeit. Dann kommen wir als nächstes hier zum Wombata-Gitter. Das können wir von den ganzen Wombata-Mops kriegen. Ich befinde mich jetzt hier unten bei den Koordinaten 37, 67. Und da gibt es ein paar Wombata-Matronen. Und die können das unter anderem droppen. Zusätzlich gibt es hier auch noch einen Rare, der hier spawnen kann. Der das dementsprechend auch droppen kann. Und zwar ist das der hier. So Rhanos, schimpft sich der. Den könnt ihr auch öfter umhauen. Hat halt auch jetzt nicht so eine wahnsinnig hohe Drop-Chance. Leider gibt es nicht sonderlich viele Wombata hier. Um den See sind eins, wo rum. Und halt der Rare. Da könnt ihr es dann einmal farmen. Dann kommen wir als nächstes zur Linse der fokussierenden Absicht. Und diese könnt ihr euch einfach bei einem Händler kaufen. Wir befinden uns einmal hier im Lager. Und zwar bei den Koordinaten 34, 64. Das ist dann der Rufhändler für die Fraktion hier, die Erleuchteten. Und hier müsst ihr einmal auf den Ruf respektvoll kommen. Und dann könnt ihr euch das einfach kaufen gegen 34 Gold. Sprich, es ist relativ günstig. Wenn ihr schon da seid, nehmt am besten gleich zwei mit. Denn ihr braucht es für zwei verschiedene Mounds. Sobald ihr euch dann den Plan gefarmt habt, beziehungsweise auch alle Mudds besorgt habt, könnt ihr dann einfach hinter mir bei dem Kollegen hier das Mount erstellen. Da gibt es natürlich nicht nur ein Mount, sondern es sind insgesamt 24 Stück. Dazu habe ich auch schon ein komplettes Video gemacht, wo es dementsprechend jeden einzelnen Plan gibt. In einem quasi gesammelten Video. Dann habe ich ein Video erstellt, wo man alle diese Sondermaterialien für die Mounts herbekommt. Und ich habe auch ein Video erstellt für alle Gitter. Und dann gibt es noch diese Schimmer-Items, die man nicht für die Mounts braucht, aber für die Pets. Und dort habe ich auch nochmal ein gesondertes Video erstellt für alle Schimmer-Items. Sprich, wenn ihr euch gesamt diese Mudds farmen wollt, sind diese Videos ideal, um euch zu zeigen, wo ihr jedes einzelne herbekommt. Zusätzlich werde ich jetzt für die anderen Mounts natürlich auch nochmal kleine extra Videos aufnehmen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns vielleicht in einem der nächsten Videos wieder. Euer Tchala. Bis zum nächsten Mal. Ciao.